Und damit willkommen zurück zu Kalisto-Protokoll. Für mich sind wieder ein paar Tage vergangen. Heute ist Sonntag bei mir. Und da dachte ich, da schwimmen wir mal wieder weiter in unseren Horrorhaus. Ich mag mich noch erinnern, wir sind ja diese Extra-Runde da gegangen. Weil ich jetzt da, glaube ich, rechts gegangen bin. Das heißt, wir gehen heute hier mal links, wo die Kollegen hier sind. Und die Kiste werde ich jetzt mal nicht aufmachen, weil ich glaube, das hören die ansonsten. Oh, oh. Oh. Ja, das war jetzt... Easy. Nice. Kriege ich auch Loot. Ja, nice. Das war immer Loot. Jo. Hm, war meins bei einem U-Bahn-Tunnel oder sowas. Ja, das hat sogar so Schienen hier. Dankeschön. Okay, was haben wir hier? Kommt, da ist einer? Äh, ich hab zumindest sowas gehört. Ja, ich würde sagen, da geht's weiter. Ähm... Haben wir da wieder so einen Kopf? Ja, ja, ist gut. Das ist wieder so ein Kopf-Ding. Ah, ihr werdet's doch garantiert aufstehen, oder? Ah, ja, toll. So, der andere. Ah, so ein Arsch. Das war ja irgendwie klar. Ja, gut. Hat sich das mit den Schleichen auch erledigt. Hm, gut ist. Ja, zumindest ein paar. Sag mal... Naja, okay. Ich tu mal mal nachladen. Ich triggere das ein bisschen, dass man bei der Pistole immer sieht, die hat nur einen Schuss. Inventar voll. Äh, ich hätte gerne ein größeres Inventar. Kommt da was raus? Geste. Nice. Okay. Sieht... einigermaßen okay aus. Oh, gut ist. Okay, jetzt. Yes. Oh, und sogar ein Akku. Das ist praktisch. Naja, ich hör schon wieder die Nächsten. Oh. Guten Tag. Ah. Ha. Nicht mit mir. Ich hab's mir schon gedacht. Okay, wenn wir so richtig wie im Turm sind, dann... Alter. Ja, aber neu. Good. Okay. So, giste. Okay, komm her. Nice. Gucken wir mal. Ob wir irgendwas Tolles machen können. 440. Nö. Kann man was verkaufen. Uh, entschlüsselt er. Weg damit. Und den Rest... Und den Rest... Ja, wir können einen von denen verkaufen. Okay. Ähm... Maglum Patronen, Schadensupgrade. Wie sieht's denn aus? Hier, Stabilität plus... Hier vielleicht mehr Schaden. Geh mal da mal nach links. 2700. Ist jetzt doch wahnsinnig. Blockschutz. Äh... Blockbrecher. Nee. Komm, mehr Schaden. Warte Pistole. Ja, nice. 540. Handschuh. Ähm... Zu teuer, zu teuer. Haben wir noch nicht. Stabilität. Ja, komm. Was soll's? Machen wir's mal. Echt? Hast du eine Telefonnummer für mich? Gut. Das war's. Kein Geld erst mehr. Das... Sieht ja sehr einladend aus hier. Oh! Fuck. Den hab ich jetzt noch gar nicht gesehen. Alter. Hau drauf! Naja. Immerhin. 30 Credits. Das war knapp. Okay, wir müssen jetzt mal was mit der... Warte mal, wo war das? Kannst du mal die andere Waffe nehmen? Ich nenne das nochmal. Okay. Okay. Jetzt bitte mal nachladen. Oh ja, Gott sei Dank. Vielleicht hält mich die Eins da nicht die ganze Zeit an. Dankeschön. 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 Caution. So. Oh. Okay. Machen wir da ein Spetter drauf. Aber ich will mal kurz wissen, was da hinten ist. Ah, das ist wieder zum Verkaufen. Warum auch nicht? So kommt Makel los. Nein, Mann. Ich hab nur drauf geschossen. Na toll. Kommen da ein paar Kollegen her. Ich muss die noch da oben kriegen. Scheiße. Das hat nicht funktioniert. So eine Scheiße. Aber easy going. Ja, das dürften jetzt alle gewesen sein. Ach, Mann. Schade. Schade, schade, schade. Vielleicht doch mal das abgibt für ein bisschen mehr Umf. Dankeschön. Da gibt's... Ah, da hätte sogar ein Explosive gehabt. Aber, naja. Gesundheitsinjektion. Nee. Aber nachladen. Hier ist der. Dankeschön. Missionsprotokollnachtrag. Bericht von Dr. Hume. Sie kamen aus dem Nichts. Haben Sanny und Warren getötet. Sie müssen aus Arcus geflogen sein. Jahrzehntelang eingesperrt. Sie haben sich entwickelt. Angepasst. Da unten im Dunkeln. Ich habe Maler kontaktiert. Beforte die Evakuierung angefordert. Ich hoffe nur, sie schickt schnell Hilfe. Das war Glick. Aber die Dinger sind echt nervig. So. Ich glaube, links geht's weiter. Carry Light. Okay. Okay. Gut. Hat nur zwei Anlaufe gebraucht. 105. Geil. Komm her. Wo ist der andere? Ähm. Kommst du her? Dann halt so. Wo ist er noch mal zwei? Noch im zweiten gehört? Ach, da oben. Kommst du runter? Oh, ne. Also. Ach, ne. Jetzt mutiert er. Das war jetzt absolut die Verschwendung. Ich hätte eigentlich raufgehen sollen. Naja. Wir haben sie ja. Moin. Ja, immerhin. Gib dann Munition wieder zurück. Okay. Okay. Dann haben wir da auch einen Großen mit dabei. So, Kollege. Komm her. Ich weiß nicht, kein Saft mehr. Scheiße. Ah, Nummer zwei. Hallo? Loot? Soll'n es? Schmutz? Ah, doch, da. Ah, da kommen die Nächsten. Ach man, das wird sich jetzt gerade so anbieten. Ich will bloß nicht nach. Ich will mal kurz schauen, was ich hier hinten so hab. Nice. Aufladen. Na, jetzt von hinten. Yes. Ach so, Moment mal. Hm? Lass mal nicht liegen. Credits and credits. Komm, 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 stechen. Es ist eigentlich ja schon ein bisschen lame, ne? Oh, oh, nichts zu mir. Na, Mann. Was ist denn? Shit. Kamera. Was machst du? Komm her. Scheiße. Scheiße. Was soll denn das jetzt? Alter. Ja, okay. Das heißt, wir haben dann aber erstmal Ruhe hier. Ja, genau jetzt krieg ich einen Akku. Aber vorher, wo ich ihn gebraucht hätte, habe ich natürlich keinen gekriegt. Dankeschön. Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes? Haufen Gitter. Kombo. Ah, moin. Ja, ich will nachladen. Das ist immer so ein Dauerthema. So, help. Will ich noch da hinten weitergehen? Wir sind da hinten. Oh. Na, komm her. Oh, scheiße. Vielleicht drei. Okay. Scheiße. Okay. Warum auch nicht? So, Kiste. Transport-Flatform. Da geht es weiter. Zugriffskreuzung. Ach so. Bitte die Stromdrucker-Schlüssel-Kadi. Alles klar. Jetzt erstmal da rein. Kadi holen. Wo wir noch was? Nö. Upgrades. Aber ich habe kein Geld. Das muss das ganz gut sein. Trefflein. Ah, wobei. Neuer Bauplan, ne? Äh. Bauplan. Automatikpistole der UC-Sondereinheit 600. Und ich habe was zu verkaufen. Geil. Aber die macht de facto keinen Schaden. Die unbefugte Verwendung dieses Drucks wird in ihrer Arbeitsakte vermerkt. Ja, wie gut, dass ich hier nicht arbeite. Gut. Das war's. Okay. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Ach, das Ding bewegt sich. Okay. Oh, Schlüssel-Kadi. Okay. Von welchen Kabeln redest du? Alles rot hier. Also ich vermute mal, wenn wir mit dem Teil dann losfahren, dann gibt es hier richtig Stress. Ah ja, schaut euch das mal an. Hier gibt es dann, ja, hier gibt es garantiert Stress, sobald ich hier fahrt. Gut. Gehen wir mal wieder retour. Warum schalten wir den Strom an? Na, hat es jetzt hier neue Kollegen? Ja, schaut nicht so aus. Dankeschön. Okay, nehmen wir zu Hause. Links, rechts. Gehen wir mal da lang. Immerhin eine Kiste. Haben wir jemanden drinnen? Nice. Ja, komm, mach. Ich bin hier. Sie haben alle gefüllt. Mein ganzes Team. Alle tot. Ich habe versucht, die alten Plattform 9 wiederhacken, um zurück nach Arten zu kommen. Aber es gab keinen Strom. Die Kassen. Sie sind überall. Sie kommen her. Doktor Mahler. Wenn Sie das hier je hören, wussten... Wussten Sie, was da unten vor sich ging? Wussten Sie davon... Ja, vermutlich. Ich... So, haben wir ja wieder easy. Oh, Loot. Dankeschön. Geht's dir? Ah. Mal hier. Ja, natürlich. Jetzt kommen sie alle. Das sind jetzt aber ein bisschen viel. Hm, ich müsste sie da irgendwie da hinten hinlocken. Oder halt abstechen. Ich glaube, die Abschlechvariante wäre vielleicht auch nicht schlecht. Na, glaubst du jetzt auch wieder ganz rechts? Ja, easy. So, mit euch das ist genau das Gleiche. Lauft's mal vorbei. So viel zur Weiterentwicklung. Ne. Wenn man nix sieht, ist das halt ein bisschen blöd. Geil. Dafür gab's jetzt sogar noch voll. Na, komm. Die ich auch noch. Nice. Okay. Er mit den Loot. Oh, hier mit Parpol. Immerhin. Gesundheit. Credits. Und... Noch mehr Credits. So, da geht's nicht weiter. Ist die Abkürzung? Nö. Oh, hier mit. Oh, komm. Ah. Komm hier, Kollege. Nice Wenn die Kammer nicht Ab und zu mal so einen Moment hätte Ja, komm her Ah, shit Komm, haut drauf Ah, ich hab mir schon wieder den Fokus verloren Ach, Mann Ist da noch einer Komm Alter, Kamera Jetzt hat der Finger langsam weh Von Anzeiten Kommt, aber hauern hier Oh, scheiße Jetzt kommt der Ali vorbei Alter, mir tut jetzt gleich der Finger weh Alter Ey, kann ich mal die Fingerpause haben, bitte Ach Du Auno, komm Scheiße Du machst mich jetzt nicht fertig Okay Wow Das war knapp Habt ihr wenigstens Gesundheitsloop bei euch mit dabei Ich glaube, ich gebe wieder auf die Schrotflitte Die macht ein bisschen mehr umf Bei solchen Sachen Oh, komm Dankeschön Dankeschön Glaube ich euch schon Dankeschön Äh, die ich glaube, ich habe hier auch noch nicht Munition Okay Schauen wir mal Ähm Nee Wo ist denn die Wo ist denn die Big Mama drauf Ah Ja, Schrotflitte Gut Hast du auch wieder so ein Audi-Protokoll? Immerhin hast du So ein Fertiger Jemand zu Hause Uh, geil Scheiße Alter 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 Ich drück doch Ah, du kleiner Arsch Ey Okay Jetzt erstmal hier reingucken Yeah Starbar Health mit dabei Okay 381 Genau Aber dich verkaufen Okay 600 Äh Schrotflitte Was machen wir hier? Das kostet 900 Ja Dann tun wir vielleicht hier noch ein bisschen sparen So Gehst du runter mit dir? Oh ja Geil Do not touch Kannst du dir Klang Google nennen hier? Der Generator Hoffentlich geht er noch Der wird doch einen riesen Lärm machen Und dann kommt hier wieder alles Don't make us out Ja Genau wie ich befürchtet habe Ist er? Nochmal wieder so ein Gop-Ding Naja Das sehe ich keinen Ah, ich glaube wir müssen da Einmal runter Dieser Arsch ey Aua Scheiße Das ist ein Fehler Ja Ja komm Andere noch Ah scheiße Alter Nein Jetzt ist er auch noch montiert Scheiße Ich mach jetzt gleich echt mal die Fingerpause Dankeschön Warst du es? Kommt noch einer Alter Okay Einmal da rein stampfen Das stimmt noch was Oder auch nicht Oh danke Gesundheit Okay Gesundheit So mittelmäßig Stromreaktor Von da Ich muss mal Mir fehlt hier gerade die Stimme Ich bin ganz gleich wieder da So Die Stimme ist wieder da Nur kurz einen Kaffee gegönnt Ja Hallo Ist er da drauf? Warte Ich bin alleine wegsägt Na Jetzt ist er da unten Alter Nein 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 Ja Lauf hin Arsch Naja Da gibt er nicht mal seine ganzen Credits her Na Wieder so einen Kopfkandidaten Dann halt so Oder halt auch nicht Hallo Gut So Wie schaut es bei dir aus? Hast du vielleicht Hilfe mit dabei? Yes Danke Oh Kiste Nein Da drauf Oh Komm jetzt Da kann man Na Geht doch So Wo muss ich hin? Da Wo muss ich hin? Ähm Hier so rauf wird sie nicht sein Hä? Ach da Hallo Gut Die war daheim Nö Gut Ähm Ich möchte dich haben Ich möchte dich haben Maintenance Links oder Geradeaus Uh Uh Wie geht's denn? Geht's auch so? Yes Bin ich da durch oder da durch? Kann ich da überhaupt durch? Bitte sag mir das lohnt sich Kamera Hallo Das ist doch bestimmt so ein Kopfkandidat da unten Ich sehe zumindestens Wenn er sehr gefährlich werden kann Ja Wieso bin ich da runter? Ja komm Du machst doch bestimmt was Oder auch nicht Sollen wir mal schön leise hier Ok Wo ist der ausgang? Moment Ist das wieder so ein Kultding hier? Ähm Geht wohl hier weiter Was wetten Dass da Das Kopfteil rausgeht Boah Das sieht fast gleich Ah Scheiße Und ich hab's noch gesagt Ähm Naja Immerhin Vielleicht nicht mal an Helf Ok Haben wir hier Infos Make credits Und Geht's dir? Nice Immerhin Taktvoll Aber ich glaube Dass Le Maire Sich geirrt hat Die Gemeinsamkeit Ist real Sie ist biologisch Wir haben hier auf Callisto Den Beweis dafür Paramo war das Zeichen Das uns den Weg gezeigt hat Hm Kann ich davon irgendwie Schönes Foto machen Ähm Aufgaben Wie kann ich Wiegen Also Ja Ja So hätte ich gerne Foto Team Ah Foto Dankeschön Gut Dann mal wieder raus Hier Ja Ja Jetzt den gleichen Weg wieder zurück Gut Ich glaube da kommen jetzt ein paar mehr Aber von wo Aber von wo Die kommen gerade nicht zu mir Ha Geil Ja dann Wie war Mein Abflug Ah Meine Stimme Einen Moment Die Stimme Mag mich heute nicht Ah Hallo Ey Musik Beruhig dich mal Wo bin ich jetzt Ist das der Raum da vorne Wo ich Runter gegangen bin Ja Ja Gut Da Machen wir eine ganze Spaßgeschichte an Ja Leben ist voll Gut Okay Oh Wir haben gut Geld Ähm Verkaufen haben wir Nix Södele Wo ist Wo ist Wo ist Wo ist Hier war das Energie Upgrade Wieder Auflade Tempo Tempo Hält die Steuerkraft weiter 900 Ja das machen wir Gut Ja ich glaube das war es Fürs Erste Aber jetzt haben wir Wenigstens mal ein bisschen Mehr um Nice Hast du Schalter Deaktiviert Okay ich würde sagen Das machen wir in der Nächsten Episode Ich mache mal eine kurze Pause Und schau dass meine Stimme mal nachhaltig Wieder kommt Und dann schmeißt man Den Generator an Wo garantiert nichts Doofes dabei passieren wird Bis dahin Macht es gut Ciao Ja liebe Leute Das ist leider das Ende Von dem Video Wie immer würde ich mich freuen Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel Findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload Hier oben Und wer möchte Kommt auch auf unseren Discord Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr Bis denn dann Euer Brabura Bis zum nächsten Mal Tschö, tschö, tschö